Wir in Köln schmücken uns ja bekanntlich nicht gerne mit Rekorden. Aber was willst du machen? Was man hat, das hat man. Nur mal so als Beispiel. Die meistbefahrene Eisenbahnbrücke in Europa. Die größte Kirche Deutschlands, die älteste Parfumfabrik und die älteste Kunstmesse der Welt. Der größte Sender Kontinentaleuropas, die größte Veranstaltungshalle und das größte Gesundheitsamt in Deutschland. Das längste Parkhaus in Europa. Die endlosen Baustellen. Die meisten romanischen Kirchen. Die meistverkaufte Hausnummer und die meisten Schmitze auf der ganzen Welt. Deutschlands größte Musikhochschule. Das größte Brauhaus nördlich des Äquators, zumindest des Weißwurst-Äquators. Und natürlich die schönste Stadt der Welt. Wenig objektiv messbar, was soll das denn heißen? ологische Kirchen. Die kleine Kirchen. Die ist der outlines. Untertitelung des ZDF, 2020